Ah, alles wird wieder von neu machen. Gut, gut. Gut. Da. Nehm ich das Ding mit. Und sonst war ja hier nichts. Wohl, haben wir hier noch irgendwo... Ne, ihr hattet alle nichts mehr dabei. Schadig, schadig. Schadig. So... Das sieht... das sah ziemlich cool aus. Jo. Painkiller. Wo seid ihr? Kann man nicht zerschießen. Okay. 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 Und hier noch was. Ne, ne, ne. Also Tür öffnen und weiter geht's. Mhm. 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 Da ist ne... goldene Waffe. Ja. Ich mach mal kurz hier Pause und äh, spiel gleich weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Und kann weitergehen. Aber... ich habe... ich habe... für meinen Geschmack... zu wenig Leben. Und das... ist nicht gut. Ich wüsste auch jetzt nicht, wo ich irgendwas im Leben herbekomme. Ich sehe keine Painkiller weit und breit. so... 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 we didn't even shake his time... so... 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 okay... Gut. Alle weg. Alles weg. Ja. Hier war ich schon immer. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Fällt mir gar nicht. Was ich hier alles habe. Oder auch nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Leute waren sicherlich im Bett mit dem Krasio-Predo. Jetzt müssen wir einfach herausfinden, warum. Wir beginnen mit ein bisschen Bed-Time-Reading für Mr. De Silva. Wenn du den typischen Leben hast, die Realität kommt auf dich durch einen anderen Lenz. Aber nichts hätte mir vorbereitet für was auf der anderen Seite der Tür. Ich musste diese Schmerzen weg. Geh sie weg! Geh sie weg! Geh sie weg! Geh sie weg! Serrano! Serrano. Er sah wie schrecklich. Ein Mann verletzt. Ich bin weg und er hat ihn zu seinem eigenen Schmerz. Er war ein Schmerz. Whatever hell this was, De Silva hat mich in. Ich wusste, dass ich ein Ende hatte. Ich hatte keine Wahl, aber zu spüren. Ich wusste nicht alles, und ich nie würde. Aber ich wusste genug. Wenn es nicht genug ist, manchmal ein Problem kompliziert ist, best tackled mit einer einfachen Lösung. Ja, das macht es nicht genug. Ich wusste nicht genug, aber ich verzeihend nicht genug ist. W maske an! Hier gibt es nichts mehr. Man muss es... Ah! Ernsthaft? Das ist so ein bisschen... Scheiße, wenn man mit dem letzten Schuss getroffen wird. Hallo? Knie dich doch einfach hin. So wie ich es haben. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt alle da. Alle tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit! Oh shit! Mission habe ich genügend. Nein, hier. Wieso hat er mich jetzt wieder einer gibt? So, geht doch. Okay. Ist das wieder eine Shotgun? Da liegt wieder... Es sah so aus wie ein goldenes Teil. Ich möchte gerne die Waffe wieder haben. Na? Was kann ich denn diesmal spielen? Da war es. Der Soundtrack zu meinem Leben. Und für ein paar Sekunden kam die Harmonie. Es war es so gut. Der war's auch einfach. Der war es. Der war es auch einfach. Der war's. Der war's. Nein. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tutinho! Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in.